Unser Weihnachtssummit, auch in diesem Jahr, genauso wie jede andere Cosmo-Veranstaltung, natürlich eine Plattform für Kunden und Interessenten zum Erfahrungsaustausch, zum untereinander auch vernetzen, um gemeinsam dann vielleicht auch ins Gespräch zu kommen, nicht nur mit uns, sondern über uns, auch in Direktkontakt. Ja, ganz herzlich willkommen zum Cosmo-Connect Weihnachtssummit. Dieses Weihnachtssummit ist immer insofern interessant, weil immer so ein Ausblick auf die aktuellsten Softwarestände gegeben wird und an Beispielen gezeigt wird, was ist neu, was ist modern und was ist wichtig. Ja, immer ein wichtiger Punkt, um eben in Kontakt zu kommen, auch zu gucken, was Cosmo-Connect selber macht, wie sie selber so auf dem Stand sind. Ich versuche selber, mich auch immer auf dem aktuellsten Stand zu halten, was so Microsofts Entwicklungen angeht. Und insofern will man natürlich auch sehen, okay, hält der Cosmo Schritt? Wie weit sind sie mit ihren Produkten? Was bringen sie Neues mit? Deswegen, ja, wichtig auch den Kontakt zu pflegen. Für uns sind auch Partner wichtig, bei denen wir wissen, dass sie halt auch selber auf dem, ja, aktuell sind, auf dem aktuellen Stand der Dinge, wissen, wo es lang geht, dass wir uns auch beraten fühlen. Ja, klar kann man bei Microsoft auf den Webseiten nachlesen, aber das ist ziemlich trocken und hier kriegt man es richtig erklärt. Durchlesen ist schön, aber das ist doch frischer, was weiß ich, man hat auch den Erfahrungsaustausch mit anderen, das ist doch, ist deutlich lebendiger hier. Das ist doch nicht deliveries. Nein, oder? Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017